Geld verdienen im Internet mit Affiliate-Marketing. Ja Leute, in diesem Video geht es um Affiliate-Marketing und was ich davon halte und was ich davon nicht halte. Und wie du hier eben anfangen solltest, ein paar Tipps von mir. Kurzes Update, ich befinde mich gerade in San Diego. Man sieht es hinter mir, die Skylines, so wie man es aus Berlin eben gar nicht kennt. Unglaublich schönes Bild, finde ich. Darum geht es aber nicht in diesem Video, sondern es geht in diesem Video um Affiliate-Marketing beziehungsweise wie du eben bei Affiliate-Marketing vorgehen solltest. Zunächst einmal, was ist Affiliate-Marketing überhaupt? Affiliate-Marketing ist nichts anderes als Bewerben von anderen Produkten. Bedeutet, du hast ein Produkt, ich bewerbe dieses Produkt und erhalte dafür eine Provision. So, die erste Frage, die ihr mir gestellt habt zu dem Thema ist, funktioniert das überhaupt? Und ja, natürlich funktioniert das, ja, selbstverständlich. Die größten Webseiten, erfolgreichsten Webseiten der Welt bieten Affiliate-Marketing an, wie beispielsweise Amazon, ja, das sogenannte Amazon-Partner-Net. Damit habe ich auch angefangen. Das heißt, also ich habe damals angefangen, die Produkte von anderen zu bewerben und habe dafür eine Provision erhalten. Und ja, natürlich funktioniert das. So, und jetzt die andere Frage ist aber, kann man damit Geld verdienen? Ja, auch das kann man. Aber würde ich darauf, nur darauf, ich rede jetzt wirklich nur von reinem Affiliate-Marketing, würde ich darauf ein Business aufbauen, also würde ich darauf meinen Lebensunterhalt setzen? Und ich kann die Frage leider nur mit Jein beantworten. Nein beantworten, ja, nicht mit Jein. Nein, würde ich nicht. Warum nicht? Weil ich nicht abhängig sein will. Solange ich Affiliate-Marketing mache, bin ich mehr oder weniger, natürlich immer nur bis zu einem gewissen Maße, weil natürlich wird mich die Person ja nicht aus seinem Partnerprogramm rausschmeißen. Also die Person hat ja natürlich einen Vorteil dadurch, dass ich ihre Produkte bewerbe. Aber ich bin natürlich mehr oder weniger abhängig von der Person. Ja, ist ja ganz klar. Wenn ich ein anderes Produkt bewerbe, bewerbe ich ein anderes Produkt und nicht meint. Und ich persönlich, für mich war das Erstellen eines eigenen Produktes der Game Changer. Das war das, was eben bei mir alles verändert hat. Und deshalb kann ich nur sagen, nein, ich würde nicht nur mein Business auf Affiliate-Marketing aufbauen. Trotzdem ist Affiliate-Marketing ein sehr lohnenswertes Geschäftsmodell. Es lohnt sich sogar Affiliate-Marketing in jedem Business hinzuzufügen. Und wie kannst du ja am besten starten? Also wie machst du Affiliate-Marketing am erfolgreichsten? Ganz einfach, Leute, das ist total logisch auch. Es ist Empfehlungs-Marketing. Das heißt, ich empfehle ein Produkt und halte dafür eine Provision. Und solange deine Empfehlung ehrlich ist und die Person wirklich merkt, dass du letztendlich der Person, die es liest oder sieht oder was auch immer, je nachdem, wie du irgendwas empfiehlst, solange die Person sieht, dass es sich um eine ehrliche Empfehlung handelt, solange wird das Ganze auch klappen. Und je ehrlicher das Ganze ist und je mehr es als Erfahrungsbericht gilt und nicht als, ich möchte irgendwas bewerben, um Geld zu verdienen. Es ist ja ein völliger Unterschied, ob ich jetzt ein Video zuerst stelle und sage, hey, das Produkt XY funktioniert so und so. Es hat diese und diese Eigenschaften. Es hat mich in dem, hat mit diesen Eigenschaften mein Leben bereichert aus dem und dem Grund und so weiter. Es ist was völlig anderes, als wenn ich sage, kauf das Produkt, kauf das Produkt. Es ist was völlig anderes. Heißt also, Affiliate Marketing ist dann erfolgreich, wenn es eine Empfehlung ist und wenn die Person, die es liest, das Gefühl hat, dass du diese Empfehlung schon angewendet hast oder zumindest eine wirkliche Ahnung von dem Produkt hast. So, wenn dir das Video gefallen hat, was du jetzt gerade gesehen hast, dann klicke auf den Like-Button bzw. klicke auf Gefällt mir, gib dem Video einen Daumen hoch. Wenn du weitere solcher Videos haben willst, dann abonniere jetzt den YouTube-Channel bzw. like meine Facebook-Page und natürlich schreib mir einen Kommentar unter diesem Video, wie dir das Video gefallen hat, was du darüber denkst, was du noch für Fragen hast und so weiter. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie ich es vom damals 23-jährigen Fließbandarbeiter zum erfolgreichen Internetunternehmer geschafft habe, wie ich mein Millionen-Business im Internet aufgebaut habe, wo auch Affiliate Marketing ein Stück des Prozesses ist, dann klicke jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung bzw. neben diesem Video und dann kannst du dir sofort kostenlos meine 4-Schritte-Erfolgsformel downloaden, in der ich dir genau erkläre, wie du hier vorgehen musst. So weit, so gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Alles Gute. Dein Chris Steljes.